An Hotelbar erwischt? Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Liebesgerüchte weiter an. Wieder einmal wird heftig über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli diskutiert. Diesmal kommen sich die Schlagerstars in einem Video sehr nahe. Berlin, schon seit längerer Zeit wird gerätselt, ob Showmaster Florian Silbereisen, 42, und Sängerin Beatrice Egli, 35, womöglich in einer Beziehung sein könnten. Ein Statement zu den Mutmaßungen gab es bisher nicht, trotzdem können die Schlagerstars es nicht lassen, die Liebesspekulationen immer wieder neu zu entfachen. Jetzt haben die beiden ein Video auf Instagram veröffentlicht, das erneut die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Nach gemeinsamem Schlager-Champions-Auftritt, Egli und Silbereisen turteln auf Instagram. Bei den Schlager-Champions am 13. Januar 2024 traten Florian Silbereisen und Beatrice Egli mit ihrem Song Das Wissen Novel gemeinsam auf der Showbühne auf. Nicht nur der Songtext, sondern auch die Choreografie, die ein Bett dainhaltete, verstärkte die Liebesgerüchte, die seit Ewigkeiten um die Schlagergrößen kreisen. Sie lieferten sich eine Kissenschlacht und kamen sich ununterbrochen während der Performance näher. Nun verkündet das Schlager-Duo, zum Club-Mix ihres Hits Das Wissen Novel wurde ein Musikvideo produziert, und dieses soll bereits am 5. April, Freitag, um 17 Uhr veröffentlicht werden. Mit der Ankündigung hat Beatrice Egli zeitgleich einen kleinen Video-Ausschnitt auf Instagram geteilt, in dem unter anderem zu sehen ist, wie die Schlager-Ikonen sich gemeinsam einen Cocktail an einer Bar gönnen. Der kurze Teaser reicht aus, um die Liebesgerüchte wieder aufleben zu lassen. Auch hier stehen die beiden sich nämlich sehr nahe, tauschen vielsagende Blicke miteinander aus und ihre Gesichter kommen sich in einer Aufnahme gefährlich nahe. Grauenhaft, Florian Silbereisen und Beatrice Egli für Liebesduet zerrissen Schon beim Schlager-Boom bekamen TV-Zuschauer eine heiße Show von Florian Silbereisen und Beatrice Egli geliefert. Eng umschlungen performten sie das Wissen nur wie in einer Telefonzelle. Von den Fans hagelte es deshalb viele genervte Kommentare. Fans von Beatrice Egli und Florian Silbereisen von Musikvideo begeistert Unter dem Video-Ausschnitt häufen sich Kommentare von Fans, die es kaum erwarten können, sich das ganze Musikvideo bald anzuschauen. Mega Überraschung, ich freue mich sehr, schreibt ein glücklicher Feen. Endlich ein Video zum Song. Wow, ich freue mich, stimmt ein anderer User zu und eine dritte Followern kommentiert, wird bestimmt wieder ein tolles Video. So wie alle von dir. Ob Fans je erfahren werden, was hinter den Liebesgerüchten steckt, ist nicht gewiss. Erst kürzlich erklärte Beatrice Egli offen, wieso sie in der Öffentlichkeit nicht über ihr Liebesleben spricht.